hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen news update zum spiel farm together 2 ja ich habe jetzt noch mal eine neue aufnahme gemacht weil es dingelt mir hier nur so um die ohren beim original warum das so war das erfahrt ihr jetzt und zwar wie ihr hier sehen könnt wurden errungenschaften eingeführt ich habe mir die jetzt noch nicht so genau angeguckt aber ich habe jetzt heute schon 60 prozent erreicht ich muss aber auch dazu sagen wenn ihr selber merken solltet dass ihr damit irgendwelche sachen noch frei habt die noch nicht hier drin stehen bei den errungenschaften wo ihr aber genau wisst das habt ihr schon gemacht und da sehe ich nämlich gerade eins ein dekoratives zeichen habe ich definitiv schon gebaut aber das wurde uns dann ja gestohlen und soweit ich weiß auch nicht gut geschrieben bei irgendeinem vorherigen update weil die das ja umgewandelt hatten wir haben das ja alle oder alle dies gebaut haben haben es ja mit edelsteinen hingesetzt und die wurden dann die mit dem pfeil obendrauf wurden dann einfach von der farm entfernt ohne unser wissen oder es wurde halt in die news geschrieben aber sonst nicht näher betitelt sage ich jetzt mal weil es einfach kein feiner zug war und ich meine wir hätten auch keine gutschrift dafür erhalten weil das ganze umgewandelt worden ist dass es nicht mehr edelsteine kostet sondern neuerdings kostet das ganze jahr medaillen wahrscheinlich ist das dann auch der fehler weshalb dieses update nicht drin ist ein haus mit 25 items werde ich wahrscheinlich gleich noch bekommen wenn ich ein haus betreten werde dekoration habe ich tatsächlich glaube ich nicht so viel gehabt da seht ihr dann auch es gibt zum beispiel auch sachen die dann zwischengespeichert werden wie dass ihr 50 quests insgesamt beenden müsst das sind dann die normalen quests die wir machen können im spiel und ja anscheinend habe ich da jetzt nur 37 es wird wohl nur von der 1 von der einen farm gerechnet ich weiß es nicht genau ich werde nachher mal auf eine andere farm drauf geben wo ich ja auch schon quest gemacht habe vielleicht wird das dann da auch zusammen gerechnet oder so das weiß ich nicht baue einen sprinkler das ist anscheinend noch ein bisschen am baggen also das zum beispiel ihr wisst ja dass ich ganz viele sprinkler bei mir auf der farm drauf habe aber die ein oder andere sache die scheint ja noch so ein bisschen zu baggen passe deinen traktor an beispielsweise das haben wir schon diverse male gemacht passe den farmer an habe ich auch schon gemacht verwerfe eine quest ja gut das hat doch einmal habe ich das tatsächlich mal gemacht die medaillen kann ich jetzt nicht viel zu sagen betritt ein haus habe ich natürlich auch schon diverse male gemacht das sind aber alles so sachen die man natürlich dann alle noch mal neu machen muss egal wie oft man sie schon gemacht hat in der vergangenheit bis auf solche sachen wie diese hier oben beispielsweise erreiche level 200 mit der farm oder habe zu jeder zeit was auch immer mit jeder zeit gemeint ist 100 millionen münzen auf deiner farm solche sachen die werden dann freigeschaltet sobald ihr in die farm reingeht oder hier beispielsweise erreiche level 10 mit einem rezept die sachen ach das hat er komischerweise aber genommen obwohl das im haus ist gleichzeitig hat er aber nicht registriert dass ich logischerweise schon mal im haus gewesen bin sonst hätte ich das ganze ja nicht einstellen können also ein bisschen buggy ist es noch das heißt es werden bei mir noch einige prozente mehr drauf kommen wenn ich noch mal hin und her laufe aber das ist wirklich die größte sache die jetzt dazu gekommen ist und mich persönlich ehrlich gesagt freut es auch sehr dass wir wieder errungenschaften vorhanden haben das nächste was sich geändert hat ist einmal hier unter dem charakter wenn ihr euren avatar bearbeiten wollt unter den haaren und zwar gibt es da neue haarstile einmal ist das dieser haarstil also fehlende haare sozusagen beziehungsweise sehr krall rasierte haare dann gibt es einmal das ich muss das mal anklicken damit man sich das von der seite ansehen kann es möchte aber nicht angeklickt werden kann man das mal beibehalten hier ohne dass man dann immer wieder umschwingt man kann es anscheinend nicht also ich kann leider meine form nicht drehen aber ihr seht ja in etwa wie die haare aussehen dann gibt es einmal diese ja rasterlocken oder was das sein sollen einmal mit und einmal ohne diesen haarreifen ich bin mir gerade nicht sicher weil nur hier ein ausrufezeichen drin war ob es die vorher schon gab aber ich könnte mich daran erinnern glaube ich wenn es die vorher schon gegeben hätte und es gibt einmal hier noch diesen haarschnitt ja so dieser typische männer haarschnitt wenn an der seite alles abrasiert ist sieht bei mir jetzt ein bisschen komisch aus natürlich der ist noch dazu gekommen und es soll noch vier neue haarfarben geben doch bevor ich das vergesse bei dieser kurzhaarfrisur da könnt ihr noch wählen mit y zwischen fast der gleichen frisur wie ich euch als letztes gezeigt habe alles kahl rasiert an den seiten oder mit haaren an den seiten das gleiche gilt übrigens auch für die rasterlocken da gibt es drei varianten insgesamt einmal diese die wir eben gesehen haben einmal mit so einem gräulichen haarband und einmal mit zum bunten haaren des weiteren wurden neue haarfarben eingeführt es gibt insgesamt vier neue haarfarben ich bin nur ganz ehrlich ich weiß jetzt nicht welche davon neu sind deswegen gehe ich jetzt einmal mit euch hier die ganzen haarfarben durch damit ihr mal sehen könnt welche alle drin sind und ja dann könnt ihr selber gucken wenn ihr euch da noch so einigermaßen daran erinnern können welche haarfarbe vorher schon drin gewesen ist und welche nicht und ich kann euch das jetzt mal eben nebenbei sagen weil wir uns das jetzt nicht so gut angucken können es wurden auch noch ein bisschen an der optik gedreht von den leuten aus der stadt das war glaube ich meine haarfarbe oder war das dunkle violett meine haarfarbe ich weiß es gerade nicht mehr es wurde an den leuten aus der stadt ein bisschen an der optik noch gedreht es wurden auch noch dunklere haut töne eingefügt und ja das war eigentlich soweit alles was in den news drin stand ja das war es dann in der tat auch schon mit allem neuen was wir zu sagen haben ich habe übrigens gerade bei der aufnahme noch entdeckt dass im hintergrund noch ein update reingekommen ist nämlich ein kleiner backfix wurde nochmal hochgeladen also wundert euch nicht solltet ihr eventuell zwei updates drin haben es sind keine neuen sachen reingekommen es wurden nur ein paar fehler behoben ich persönlich freue mich sehr darüber dass wir auch im zweiten teil jetzt endlich errungenschaften haben weil irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen fehlt mir doch ein bisschen bei dem spiel wo es keine errungenschaften gibt weil bei mir persönlich ist es so mein herz hüpft immer so ein bisschen vor freude wenn ich denn mal wieder eine neue errungenschaft erreicht habe weil ich dann auch irgendwie merke es tut sich was im spiel und ich habe was erreicht und ja in anführungszeichen ich werde dadurch auch ein wenig vom spiel belohnt schreibt mir aber gerne eure meinung in die kommentare schreibt mir gerne wie ihr dazu steht dass jetzt die errungenschaften reingekommen sind dass es wohl vier neue haarfarben gibt wie gesagt keine gewährder drauf welche haarfarbe neu reingekommen ist ich fand da sagen jetzt einige sehr cool aus aber ich persönlich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht sagen welche davon tatsächlich neu war und es stand auch leider nirgendwo drin welche farbe tatsächlich neu war da stand nur drin es wurden halt eben vier farben neu reingebracht ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dann wenn ihr mich und meinen kanal unterstützen möchte dann lasst doch gerne ein kostenloses like da oder vielleicht auch ein abo lasst doch gerne einen kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt dann könnt ihr natürlich auch gerne eine mitgliedschaft eingehen wir müssen dem logarithmus von youtube ein wenig entgegenwirken und die kleineren kanäle auch ein wenig pushen denn die bekommen meiner meinung nach zu wenig aufmerksamkeit vielen dank für eure unterstützung und bis zur nächsten folge ciao